Das ganze hier, beziehungsweise fangen wir erstmal hier unten an. Was haben wir eigentlich hier? Grand Central Terminal. Ist das eigentlich mit Anschluss für die Züge? Ne, leider nicht. Das haben wir schon gebaut. So, hier noch Statue der Industrie. Können wir eigentlich hier mal in das Viertel packen. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das hier mit den Wegen wieder machen. So, die füllen einfach dran herum. So. Zack. Und dann haben wir hier noch. Shane ist Ding Du. Shane. Was haben wir noch? Platz der Toten. Das klingt so depressiv. Ein offizieller Park. Den tun wir mal hier hin. So. Den offiziellen Park. Uh, der glitzert. Und dann. So. So. Und dann hier noch. Ah ne, das würde man ja niedrig tun. So. So. Gut. Die Busse fahren hier unten ja schon. Ähm. Das machen wir kurz weg. Die Linie hier. Der wird dann einmal hier mit runter. Dann hier lang. Hier lang. Das ist bestimmt wieder eine Einbahnstraße. Ah, da können wir noch halten. Und so. Gut. Was haben wir? Wie sieht's mit Schulen aus? Hier B-B-Schein. Ich zeig eine hier. Eine da. Und die Uni sieht auch eher weniger gut aus. Die auch mal hier rein. Und ja. Los geht's. Gebäude. So. So. Machen wir erstmal hier alles. Zack. So. Machen wir erstmal hier alles. Zack. Ja. Was soll. Jetzt hier auch noch hoch. Jetzt machen wir mal hier noch eins an der Uni. Und. Ups. Hier noch eins an der Uni. Und. Ups. So. Wie sieht's eigentlich hier mit der Verschmutzung aus. Die ist wieder weg. Dafür ist die jetzt hier hinten. So. Schauen wir noch schnell nach den Touristen. Ob das der Flughafen was bringt. 438. Also nochmal 38 mehr. Und hier 519. Also. Touristenmäßig. Läuft's. Wir haben 3000. Wir haben 3000 offene Stellen noch. Öh. Jetzt sind hier ja ewig viele Autos. die moisturizer. Ich hoffe die waren hier nur initial mal hin. So. So. Der Verkehr bei den Straßen hält sich eigentlich in Grenzen. Kann man die eigentlich auch zu einer kleinen machen. So. So. Aber hier das wieder auffüllen. So. So. Hier haben wir die rum. Auf der anderen Seite genauso. Da nicht. So. Gucken wir mal wo die alle hinwollen. Besitzer. So. So. Schauen wir mal. Der Andrang ist hier gleich vorbei. Sonst möchte ich mir was überlegen. Dass ich jetzt hier unten noch eine Autobahn hinführe. Aber das würde ich ungern machen. So. Aber wenn nichts anderes übrig bleibt. Muss ich das wohl tun. Ah. Machen wir hier die Autobahn noch ein bisschen. Äh die. Der Kreisberg geht ein bisschen größer. So. Und das noch. Das noch. Das sehe ich schon. Und hier können wir es ausweichsburgig machen. So. Jetzt stehts. Ausgezeichnet. Na gut. Muss ich mir jetzt dafür noch was. Überlegen. Ich bin. Also. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020